Hast du jemals darüber nachgedacht, dass kleine unscheinbare Gewohnheiten einen großen Einfluss auf dein Leben haben können? Eine davon könnte sein, vor dem Schlafen gehen einen kleinen Schluck Apfelessig zu trinken. Klingt nicht gerade wie das Highlight des Tages, oder? Aber keine Sorge, hinter dem säuerlichen Geschmack versteckt sich ein echter Alleskönner, der deinem Körper auf vielerlei Weise helfen kann. Apfelessig entsteht durch die Fermentation von Apfelmost und ist vollgepackt mit wertvollen Substanzen wie Enzymen, Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. Diese Zutaten sind wie ein kleines Gesundheitsbuffet für deinen Körper. Zum Beispiel kann Apfelessig dabei helfen, deinen Blutzuckerspiegel zu regulieren. Eine wichtige Sache, die viele unterschätzen. Ein hoher Blutzucker, besonders nachts, raubt dir oft den Schlaf und macht es deinem Körper schwer, Fett zu verbrennen. Wenn du abends ein Glas Wasser mit einem oder zwei Teelöffeln Apfelessig trinkst, unterstützt das die Insulinempfindlichkeit und stabilisiert deinen Zuckerhaushalt. Klingt kompliziert? Eigentlich nicht. Es hilft dir einfach, besser zu schlafen und dabei vielleicht ein paar lästige Kilos loszuwerden. Kennst du das unangenehme Gefühl, morgens mit schlechtem Atem aufzuwachen? Dieser Morgenmund ist meistens das Werk von Bakterien, die sich über Nacht im Mund vermehren. Ein kleiner Helfer? Genau. Apfelessig. Seine antibakterielle Wirkung bringt diese Mikroben auf Trab. Mixt dir einen Esslöffel davon in ein Glas warmes Wasser, hau eine Zitronenscheibe rein und voila, frischer Atem und ein angenehmes Gefühl im Mund sind dir sicher. Die Säure im Essig killt die und die Zitrone gibt den frische Kick obendrauf. Ein Mini-Morgenritual, das viel bewirken kann. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, nicht richtig durchatmen zu können, weil deine Nase verstopft ist? Ob Allergien oder eine Erkältung die Schuld daran tragen, Apfelessig könnte dein neuer bester Freund werden. Mit Vitamin B, Kalium und Magnesium hilft er dabei, deine Nebenhöhlen zu reinigen und die Schleimhäute zu beruhigen. Ein Teelöffel in warmem Wasser vor dem Schlafen gehen kann wahre Wunder wirken. Du wirst sehen, wie leicht du wieder durchatmen kannst und das Beste daran, kein Schnarschen mehr. Deine Bettpartner werden es dir danken. Manchmal spielt der Magen einfach verrückt. Blähungen? Völlegefühl. Magendrücken. Wer kennt es nicht? Auch hier kommt unser Essigheld ins Spiel. Die Säure im Apfelessig hilft, das Gleichgewicht im Magen wieder herzustellen und überschüssige Luft zu vertreiben. Krämpfe? Weg damit. Eine Tasse warmes Wasser mit einem Löffel Apfelessig wirkt oft schneller als so manche Tablette und ist dabei ganz natürlich. Und wenn du das regelmäßig trinkst, stärkst du gleichzeitig auch deine Darmflora. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind, wusstest du, dass Apfelessig dich beim Abnehmen unterstützen kann? Seine Essigsäure überzügelt deinen Appetit, kurbelt deinen Stoffwechsel an und blockiert die Umwandlung von Stärke in Fett. Übersetzt heißt das, dein Körper speichert weniger unnötige Kalorien. Natürlich ersetzt das keine gesunde Ernährung oder Bewegung, aber es gibt dir einen kleinen Vorsprung, wenn du deine Ziele erreichen möchtest. Denk einfach daran, dass jeder kleine Schritt zählt, auch wenn er sauer schmeckt. Eine Sache, die viele nicht wissen, ist, dass Apfelessig auch deine Leber beim Entgiften unterstützt. Seine Antioxidantien helfen, Schadstoffe aus deinem Körper zu schleusen und dein Immunsystem zu stärken. Das Ergebnis? Mehr Energie, strahlende Haut und das Gefühl, dass dein Körper einfach runderläuft. Besonders nach stressigen Tagen oder wenn du dich ein bisschen verstopft fühlst, kann ein Glas Apfelessigwasser genau das sein, was du brauchst, um wieder in Schwung zu kommen. Natürlich gilt hier wie bei allem mit Maß und Ziel. Wenn du Medikamente einnimmst, insbesondere bei Diabetes, solltest du vorher mit deinem Arzt sprechen. Und denk daran, Apfelessig immer verdünnt zu trinken, denn unverdünnt könnte er deinen Zahnschmelz angreifen. Kleiner Tipp, ein Strohhalm hilft, deine Zähne zu schützen. Schließlich wollen wir ja, dass du nicht nur gesund, sondern auch mit einem strahlenden Lächeln durchs Leben gehst. Apfelessig ist wirklich ein Multitalent. Ob besserer Schlaf, gesündere Verdauung oder Unterstützung beim Abnehmen, die Vorteile sind vielfältig. Also, worauf wartest du noch? Probier es einfach aus und sieh selbst, wie diese kleine Änderung in deiner Abendroutine Großes bewirken kann. Dein Körper wird dir mit Sicherheit danken. Und vielleicht sogar dein Spiegelbild. Apfelessig, das unscheinbare Wundermittel aus der Küche, hat es in sich. Seine Geheimwaffe? Eine geballte Ladung natürlicher Inhaltsstoffe wie Pektin, Säuren und Spurenelemente, die in vielerlei Hinsicht positiv auf unsere Gesundheit wirken können. Aber nicht nur, was drin steckt, ist beeindruckend. Auch, wie dieser Alleskönner auf den Körper einwirkt, ist wirklich faszinierend. Regelmäßig und in vernünftigen Mengen genutzt, wird er schnell zum unverzichtbaren Begleiter für ein gesünderes Leben. Einer seiner größten Trümpfe ist die Fähigkeit, Heißhungerattacken den Kampf anzusagen. Das enthaltene Pektin, ein echter Starr unter den Ballaststoffen, verlangsamt die Verdauung und hält uns länger satt. Statt also bei Mitternacht hungrig durch die Küche zu schleichen, könnte ein Glas Wasser mit einem Schuss Apfelessig die Lösung sein. Noch besser? Kombiniere das Ganze mit einem beruhigenden Kräutertee und dein Körper dankt es dir nicht nur mit weniger Snackgelüsten, sondern auch mit einer entspannten Nachtruhe. Doch das ist längst nicht alles. Gerade wenn es um Halsschmerzen geht, zeigt Apfelessig seine krasse Seite. Die Säuren schaffen ein Umfeld, in dem Bakterien keine Party feiern können. Infektionen haben also schlechte Karten. Eine einfache Methode, alle 30 Minuten einen Teelöffel verdünnten Essig trinken. Klingt simpel? Ist es auch. Nach ein bis zwei Stunden wirst du merken, wie sich die lästigen Halsschmerzen verabschieden. Das Beste daran? Keine chemischen Keulen nötig? Nur etwas Geduld und Essig-Power. Schluck auf, diese nervige kleine Unannehmlichkeit kann Apfelessig ebenfalls im Nu ausknipsen. Warum? Der saure Geschmack reizt die Nerven, die für das unwillkürliche Zucken des Zwerchfells verantwortlich sind, und bringt sie zur Raison. Ein Teelöffel purer Essig, ja, das ist eine Herausforderung für deinen Gaumen, kann oft schneller helfen als jeder andere Trick. Und mal ehrlich, wer will schon minutenlang die Luft anhalten oder verzweifelt Wasserkopf übertrinken? Auch bei Verdauungsproblemen ist Apfelessig ein echtes Ass im Ärmel. Übersäuerung oder Sodbrennen? Kein Problem. Indem er den pH-Wert im Magen ins Gleichgewicht bringt, sorgt er dafür, dass alles wieder seinen geregelten Gang geht. Ein Esslöffel in einem Glas Wasser, gemütlich vor dem Schlafengehen getrunken, wirkt Wunder. Und das Beste, dein Darm wird dir den kleinen Extraschub Essigsäure danken. Du leidest unter unruhigen Beinen oder wirst nachts von Krämpfen aus dem Schlaf gerissen? Hier kann Apfelessig ebenfalls punkten. Häufig steckt ein Mangel an Kalium hinter solchen Beschwerden. Zwei Esslöffel Essig, gemischt mit 250 Millilitern Wasser, liefern deinem Körper genau das, was er braucht. Die Wirkung? Oft spürbar schneller, als du Restless Legs Syndrom buchstabieren kannst. Ein einfacher, aber wirksamer Trick für erholsamere Nächte. Natürlich gibt es auch beim Apfelessig Grenzen. Übertreiben sollte man es damit nicht, denn zu viel des Guten kann der Speiseröhre schaden oder die Zähne angreifen. Deshalb immer schön verdünnen und danach den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Mensch braucht unnötige Zahnarztrechnungen, nur weil er es mit dem Essig zu gut gemeint hat. Und wusstest du, dass Apfelessig sogar deine Schlafqualität boosten kann? Ein sanfter Tee mit einem Schuss Essig vor dem Schlafen gehen beruhigt nicht nur Magen und Nerven, sondern hilft dir auch, schneller in den Schlaf zu gleiten. Viele schwören darauf, weil es wie eine kleine Umarmung von innen wirkt. Deine Träume? Garantiert süßer. Kein Scherz. Wenn wir schon dabei sind, Apfelessig ist auch ein starker Verbündeter für dein Immunsystem. Seine antibakteriellen und antioxidativen Eigenschaften helfen deinem Körper, ungebetene Gäste wie Bakterien oder freie Radikale in die Schranken zu weisen. Besonders in der Erkältungssaison ist das eine Geheimwaffe, die jeder in der Hinterhand haben sollte. Ein erfrischendes Getränk mit Apfelessig könnte also mehr bewirken, als nur den Durst zu löschen. Es hält dich fit und widerstandsfähig. Und ja, wir müssen auch über die mentale Komponente sprechen. Kleine Rituale, wie das regelmäßige Trinken eines Essig-Elixiers, schaffen Momente der Achtsamkeit. Es fühlt sich an wie ein kleines Ich-tue-mir-etwas-gutes-Mantra, das den Tag abrundet. Dieses Gefühl, bewusst etwas für die eigene Gesundheit zu tun, gibt nicht nur deinem Körper, sondern auch deiner Seele einen ordentlichen Schub. Am Ende des Tages ist Apfelessig ein echter Tausendsassa. Ob als Helfer bei alltäglichen Beschwerden oder als Begleiter für einen gesünderen Lebensstil. Seine Wirkung ist ebenso vielseitig wie überzeugend. Wer ihn erst einmal in seine Routine eingebaut hat, wird schnell merken, dass er weit mehr ist als nur ein Würzmittel für Salate. Dieses kleine Wundermittel hat das Potenzial, dein Leben auf einfache, aber effektive Weise zu bereichern. Also, worauf wartest du? Probier es aus. Dein Körper wird es dir danken.